Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls. Ja, ich mach dieses Mal ausnahmsweise eine Offline-Session. Ich hab das ja, glaub ich, schon im Bulletin gesagt. Ich war nämlich bis eben weg. Wir haben jetzt kurz vor 8 am Sonntag und ich konnte heute Mittag leider nicht aufnehmen, da ich beschäftigt war. Naja, ich will mal so sagen, ich bin hundemüde. Ich hab die letzten 3-4 Nächte vielleicht pro Nacht 2 Stunden gepennt. Es ist so beschissen, das Wetter. Also es ist viel zu schwül und zu warm. Und ich glaub, ich zieh heute Nacht um in den Keller Ja, mit meiner Matratze. Ich hol mir dann eine aufblasbare und dann... Also Matratze nicht, was ihr jetzt denkt. Äh, ja. Mein Vater. Wenn er seine letzte Erdbeer ging, kann ich mich nicht bemerken. Das ist nur so, wie er ist. Ich bin tot oder nicht. Ich wollte es wirklich bemerken, wirklich. Meine Nerven, die überstrapartiert sind, dass die nicht noch weiter gequält werden. Und zwar, wir machen die Questlines von Siegmeier und von Logan fertig. Ja, ist eigentlich ganz easy. Dafür mach ich jetzt wieder einen kleinen Zeitsprung. Ich geh runter zur Tochter des Chaos. Und von dort aus könnt ihr euch ja denken, wo ich hingehe. Nämlich zum alten Baum runter zum Aschesee. Ihr solltet eigentlich noch wissen, wo der ist. Da hab ich ja ganz am Anfang mal gezeigt, wie an diesen Ring kommt. Diesen Ausdauer-Regenerationsring. Und, ähm, ja. Wir sehen uns gleich vor diesem Baum. Tada, Leute. Zeitsprung. Jetzt sind wir hier vor dem Baum. Hat auch gar nicht lange gedauert. Zum Glück. Mit dem verrosten Eisenring geht's ja recht schnell. Man kommt hier ganz gut durch die Suppe durch. So, warte mal. Ich werd jetzt mal den dunklen wieder nehmen. Und ich werd mir jetzt einen Zauber nehmen. Weil das hier muss schnell gehen. Weil ich weiß nicht, wie lange ich noch insgesamt dafür brauche. Aber ich möchte die Questlines ja nicht ewig hinstrecken. Ich überziehe in letzter Zeit wieder ganz schön oft meine Videos. Das gefällt mir nicht. Wenn ich da jedes Mal dann so 25 Minuten partze. Ich hasse das auch, wenn ich mir eine Serie, so eine Lieblingsserie angucke. Und die Folgen sind unterschiedlich lang. Da krieg ich, boah. Ne. Mag jetzt übertrieben sein, aber das geht gar nicht. Ne, ne, ne. So. Kurz mal ein Leuchtfeuer hinsetzen, weil wir waren vergiftet. Aber meine Paladin-Rüstung, die ist eigentlich recht widerstandsfähig gegen den ganzen Mist. So, ich hab's euch ja damals gezeigt. Und zwar, wenn ihr es jetzt noch nicht habt, das Ding. Einfach hier eine Rolle runter machen. Dann landet ihr in dem Baumstumpf da unter mir. Den seht man jetzt ein bisschen blöd. Ja, hier. Da unten liegt nämlich, da sitzt eine Leiche. Die seht ihr jetzt. Schaut mal ganz unten in der Mitte. Und der hat diesen Ausdauerring. Den könnt ihr euch da holen. Und glücklich werden. So, was nehm ich jetzt. Achso, warte mal. Ich muss immer ans Leuchtfeuer. Dann muss ich nur noch kurz einen Zauber und einen Gegenstand holen. Weil ich find's damit leichter. Da kriegt man mehr Boni. Also mehr Items kann man sich da abholen. Besser gesagt. So, und zwar ist das einmal. Ich hoffe, ich hab den überhaupt noch. Ja. Wappenring ruhender Drache. Und, äh, genau. Zauberei einstimmen wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Dann nehme ich dafür... Ist das jetzt ein normaler, oder ist das ein Kristallsehnsperr? Ach, das sind alles drei Kristallsehnsperr. Ja, okay. Dafür nehme ich... War haben wir's? Ähm, ähm, ähm. Äh. Ich bin so im Eimer, Leute. Ich hab jetzt so viel Kaffee in mich reingepumpt bei meinen Leuten, wo ich eben war. Dass ich da nicht irgendwie im Sitzen eingepennt bin, war ein Wunder. Mit einer halben Bratwurst im Mundwinkel. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Also wirklich, das ist ganz schlimm. Die... Ich bin kein Mensch für Hitze. Ich bin da nicht für gebaut. So. Genau. Ich werd mir den Ring mal anziehen. Hätte ich jetzt beinahe auch wieder vergessen. Ähm, ähm. War man denn da? Wunder Drache. Werd mal. Und seht ihr es? Warum ich das gemacht hab? Da drüben ist nämlich schon... Ja. Die ist jetzt verschwunden. Na, ist egal. Ich hol mir eh nicht alle. Ich will's euch nur zeigen, wie ihr da rankommt. Und zwar... Müssen wir, glaub ich, hier... Wie hab ich das denn immer gemacht? Äh. Na, ich glaub ich bin immer hier runtergerollt. Üps. Genau. Das geht nämlich wunderbar. Und mit dem Zauber verliert ihr nicht mal Lebensenergie. Beim nächsten Mal bin ich mal kurz ruhig. Dann hört ihr nämlich das Geräusch, das da noch kommt. Das macht nämlich irgendwie so... Und das heißt kein Schaden für uns. So. Ähm. Jetzt können wir entweder hier runter. Aber das ist, glaub ich, jetzt Quatsch. Ich glaub, das ist Quatsch. Wenn wir hier drauf gehen auf die Plattform. Nein. Wir müssen da unten auf diese Plattform. Und das machen wir am besten... Ja, wir machen das am besten. Gute Frage. Ich glaub, einfach so. Und dann hier noch ganz vorsichtig vor. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ach, komm schon. Okay. Dann könnt ihr in den Tunnel. Und hier ist jetzt eine Eidechse. Die rennt vor euch weg. Der könnt ihr ganz schnell hinterher wetzen. Dann erwischt ihr sie noch. Vor allem mit dem ruhigen Drachen. Hört sie euch nicht sofort. Ihr könnt natürlich noch das Chamäleon oder den Ring des Nebels. Oder wie der heißt. Da seht ihr. Insgesamt sind es drei Stück. Und ihr kennt ja den Trick. Einfach... Hör, jetzt muss ich auch diesen. Moment. Ah. Okay. Ähm. Ihr kennt ja den Trick. Einfach das Spiel neu laden. Und dann sind die Eidechsen wieder da. Aber wenn sie nicht gleich wieder da sind, ladet ihr halt nochmal neu. Ist ja wurscht. So. Bei diesen Kollegen hier müsst ihr aufpassen. Weil die können euch verfluchen. Und wir wissen alle, verfluchen ist total bescheiden. Das will keiner. Meine Paladin-Rüstung schützt mich zwar wirklich sehr gut davor. Aber ich weiß noch nicht, was ihr zu dem Zeitpunkt hier anhabt. Ich kann euch trotzdem nur empfehlen. Besorgt euch die Paladin-Rüstung. Finde ich mit einer der besten. Oh, warte mal. Jetzt habe ich da oben ein Item vergessen. Ja. Hier gibt es wirklich eine Menge Brocken und so weiter abzustauben. Also jetzt alle möglichen Farben. Wenn ihr euch auf irgendeine spezialisieren wollt, dann würde ich euch natürlich ein anderes Gebiet empfehlen als das hier. Weil das hier ist ja nur Mittel zum Zweck, dass wir runter an diesen blöden Aschsee kommen. Ja. Ich mache es jetzt echt nur bei dem so. Uah. Okay, seht ihr. Da bin ich schon tuck. Ja. Ich wollte nämlich nur sagen, ich mache es jetzt nur bei diesem Item so. Weil ich habe ja keine Zeit, Leute. Ich will jetzt nicht jedes einzelne Item zeigen, wie man das einsammelt. Das müsst ihr dann bitte mal selbst rausfinden in dem Moment. Weil es gibt kein Pathet-Rezept, bin ich zumindest der Meinung. Weil vieles ist Glück. Man kann ganz leicht die Äste runterglitschen und dann hängt man da wieder irgendwo und stirbt. Und blä. Blarks. Das ist dann halt doof. Da kann ich auch nichts dran ändern. Guck mal. Die Schweinesau. Die hat mich gesehen und haut gleich wieder ab. Na sowas. So, hier hin. Ob das gehört? Dieses Geräusch. Wie so eine Glocke. Warte mal, ich glaube, hier können wir dann jetzt... Wenn ich jetzt meine ganzen Seelen verliere, ist mir das eigentlich auch egal. Ich brauche eh keine mehr. Ich bin over the top von meinem Level. So, warte. Äh. Äh. Da will ich hin, genau. Das Ding holen wir uns. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo meine Seele gelandet ist. Sag mal. Guck mal. Ich komme den Ast hier nicht hoch. Ich glitsche so ganz blöd rum. Man, oh. Muss man wirklich aufpassen, wie so ein Schießhund hier. Huh. Ganz schnell ist man wieder in der Falle und dann ist es vorbei. Komm, ihr blöden Froschdinger da. Irgendjemand hat mal geschrieben, die Dinger sehen dann, wenn sie auf dem Rücken liegen, aus wie so ein paar Mäpse. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich finde, nein, das ist auch nicht. Guck euch das mal an. Ohne Worte geht's weiter. Äh. Äh. Ja, ich weiß auch nicht. Wenn ich müde bin, werde ich wie so ein kleines Kind. Da werde ich quengelig und ganz ausgelassen. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Irgendwie lassen dann wohl so ein bisschen die Hemmungsrezeptoren nach oder keine Ahnung. Das ist bei mir, wie wenn Leute auf Alkohol sind. So bin ich dann, wenn ich richtig müde und knatschig bin. Äh. So, da unten. Warte. Ja, da ist auch wieder eine Idex. Das seht ihr. Obwohl ich den Ring an habe. Hört die mich oder sieht mich. Naja, ihr könnt hier Ring des Nebels. Den kriegt ihr, wenn ihr die Schädellaterne bei... Snuggly eintauscht. Dann habt ihr den Ring des Nebels. Ich weiß gar nicht, ob ich den in der Kiste drin habe. Wäre jetzt interessant zu wissen, aber gut. Macht drauf. Ah, ich habe den Zauber nicht mehr gehabt. Seht ihr? Haha, habe ich Lebensenergie verloren. Also macht keinen Unterschied. Äh. Weil die paar Idexen kann ich darauf verzichten. Die haben im meisten Fall Inno Twinkle oder Funke Titanit. Twinkle Titanite heißt es auf Englisch. Oder halt irgendwie eine besondere Farbe. In dem Fall ist es, glaube ich, sehr oft weiß und rot. Bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall habe ich ja schon eine Graue, wie ihr gesehen habt. Dann komme ich da jetzt ran. Warte mal. Ja, ich habe gesagt, ich mache nicht alles, weil ich habe jetzt eh schon zwei, drei verpasst. Das weiß ich. Da liegen überall hier Dinger auf den Plattformen. Und wenn man die wirklich alle holen will, dann kann man da so vier, fünf Mal rummachen. Wenn man lustig ist. Ach so, hier irgendwo gibt es auch eine Abkürzung. Äh. Da füllt da nämlich eine Leiter runter. Da kann man komplett mit der Leiter fast hochsteigen. Also man kommt definitiv, wenn man auf dem Boden ist, wieder ganz nach oben zurück. Das war natürlich jetzt toll. Das war toll, Bruga. Das hast du super gemacht. Jetzt kommst du ja nicht mehr weg. Äh. Na, geile Sache. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt mal sterben gehen, oder? Na, warte mal. Versuchen wir es mal. Na, mit dem Zauber hier kann man es manchmal noch überleben. Manchmal. Aber nur manchmal. Höh. Na, ich sterbe. Nein. Haha, habt ihr es gesehen? Ich habe nicht mal Schaden gekriegt. Wie geil. Okay, auf jeden Fall auf dem Ast hier lag noch was. Ist mir egal. Dann, wo liegt noch was? Ich glaube, hier gibt es jetzt so ein Item. Genau. Das ist auch sehr, sehr tricky, das zu kriegen. Muss man hier so genau an der Wurzel und dann rein. Und ich habe es gekriegt. Ich hätte es gekriegt, aber ich will es nicht. Ist mir egal. Das sind nur ein paar Splitter. Und ich glaube, eilig. So, irgendwo hier kann man dann an der Seite runterspringen. Ich kann mir die Stelle nie merken, Leute. Ich weiß auch nicht. Das ist für mich immer noch ein Rätsel, weil man sieht es, wenn man jetzt hier weiter runterläuft. Da liegt hier noch ein Item auf der Wurzel irgendwo oben drauf. Da, wartet. Achtung. Gleich müsste es uns ins Gesichtsfeld springen. Da. Aber ich kann mir nie die Stelle merken, wo es hier oben runter geht. Vor allem, es ist halt mehr so ein Leap of Faith. Also, man springt halt und, äh, ich sag mal, zu 50% wird man wahrscheinlich drauf gehen, weil man muss dann hier noch diese Äste da runter und dann da runter springen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was für ein Item das ist. Hier habe ich überhaupt das schlechteste Item-Gedächtnis überhaupt. Also in dem Baum hier. Weil der ist halt, äh, ja, bescheuert. Ich bin immer froh, wenn ich da unten bin, ohne zu sterben. Und trotzdem passiert es noch öfter. So, hier kommen wieder unsere Freunde, die blöden Pilze, die fast unverwundbar sind. Ja, die sind nicht fast unverwundbar, aber die halten wirklich sehr viel aus. Und die können auch ganz schnell zuhauen, die Großen. Und die Kleinen sind dazu noch hier, ja, aggressiv. Früher sind die immer von uns weggelaufen oder so ganz friedlich einfach nur rumgetapst. Und hier greifen sie uns jetzt an. An so einen Bauchplatscher auf uns. Ja, das ist sehr nett. So, warte mal. Da drüben komme ich auch noch hin. Das ist, glaube ich, eine rote... Eine rote Scherbe... Müsste. Ja. Ich glaube, das müsste eine rote sein. Warte. Nein, ein grauer Brocken. Verdammt. Ja. Ich wiederhole nochmal. Ich habe hier ein ganz schlechtes Item-Gedächtnis. Außer, wenn ihr alle Wunder haben wollt, dann... ...wird euch hier auf jeden Fall noch was hinziehen. Denn hier unten gibt es ein letztes Wunder. Das könnt ihr euch holen, beziehungsweise müsst ihr euch holen. Oh, guck mal, da ist einer ganz runtergefallen. Haha. Oh, die Großen Pilze. Die lasse ich mal alle in Ruhe hier. Ich gehe einfach weiter. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock auf euch. Äh, und jetzt müsste irgendwo... ...Siegmeier aufstehen. Äh, Moment, mal kurz. Entschuldigt, Leute. Ich hatte fetter Niesanfall. Ich musste gerade bestimmt vier oder fünf Mal niesen. Ja, das ist voll toll. Ich bin nass geschwitzt im Gesicht. Die Haare wehnen mir die ganze Zeit im Gesicht rum. Das kitzelt halt wie verrückt. Und, äh... Ja. Ventilatoren. Da war ich letztens auch erkältet deswegen. Das ist super toll. Ach so, hier kommt noch ein neuer... Ja, was heißt ein neuer Gegner. Den kennt ihr natürlich schon. Wie mache ich denn jetzt, ist die Frage. Mache ich den mit Magie oder mache ich den... Äh, ich mache es mal mit Magie. Oder? Ne, ich treffe ja eh nicht. Habe ich denn noch... Ich habe meinen anderen Ring ja nicht dabei, ne? Hm. Äh, na egal. Aber ich nehme mir hier kurz den Kristallkatalys. Nicht den Dämonen. Mach mal den Kristall. Ja, das habe ich glaube ich schon im letzten, im, ähm... Boss-Run... Habe ich das schon gesagt. Meine ich zumindest. Ja, komm, ich gehe erstmal ins Feuer. Denn hier seht ihr... Sind Siegmeier und Sieglinde. Damit ist die Questline dann beendet. Und ich würde sagen, ich mache da noch hier einen Cut. Der Rest interessiert ja nicht. Das kennen wir alles schon. Die Hydra können wir bekämpfen. Wir können dort hinten in den Drachen-Covenant eintreten. Wo wir dann im Endeffekt uns eine Rüstung verdienen können. Zuerst kriegen wir den Kopf. Den Headstone. Und dann mit 30 Drachensteinen, die wir bei Invasionen verdienen können. Kriegen wir dann den Torso auch noch dazu. Es gibt so viele PvP-Videos mit Drachenrüstung. Das sage ich euch da. Muss ich das nicht auch noch zeigen. Mein Vater. Willst du dich immer folgen? Du hast es nicht gemacht. Du hast keine Probleme mehr. Es ist endlich vorbei. Ich werde Katarina zurückgehen. Du, Asythiä, kannst du sehr schnell. Ich kann es gar nicht zurückgehen. Aber bitte accepte das. Es ist kein Vorteil für mich jetzt. Ach, die Arme. Ihr Papa ist tot. Alles umsonst. Ich möchte eigentlich schon knuddeln. Oh, jetzt läuft mir die Nase noch dazu. Ja, tut mir leid. Oh, nein. Die Farbe. Die tut mir so leid. Ja, wir können leider nichts mehr tun für Siegmeier. Damit ist die Questline vorbei. Ich weiß nicht, wenn ihr eine Möglichkeit wisst, wie ihr am Leben bleiben kann, könnt ihr es ja gerne schreiben. Aber in der Wiki steht jetzt auch nichts. Das sind alles so unbestätigte Texte. Die sind halt in rot geschrieben. Deswegen weiß man nicht, ob es stimmt. Gut, Leute. Ich würde sagen, nächste Station ist dann das Archiv des Herzogs noch einmal. Ja. Da müssen wir jetzt nochmal hin für Logans Questline. Und wir sehen uns gleich wieder dort. Alles klar. Und hier am Leuchtfeuer. Jetzt wollen wir doch mal schauen, was der gute Logan macht. Ist er noch da? Ist er nicht da? Man weiß es nicht. Manchmal muss man nämlich auch das Spiel neu starten. Sonst findet das Event nicht statt. Und er sitzt noch da. Hallo, Logan. Wer sind Sie? Bleib klar. Bleib klar an meinem Arbeit. Ich bin auf Sie. Wie leid, Sie mich verhindern. Ja, er ist ein bisschen durchgedreht. Aber ihr müsst halt alle Zauber von ihm kaufen. Das habe ich schon mal gesagt. Alle Zauber kaufen, dann Seath töten, ihn natürlich vorher aus dem Knast befreien. Ganz wichtig. Bleib klar. Okay, der sagt jetzt immer dasselbe. Was machen wir als nächstes? Ja, wir holen uns noch die magische Glut. 20.000 Seelen in einem Pack. Also richtig, richtig super Seelen-Ding eben. Und noch etwas, von dem ich schon mal erzählt habe. Weil ihr habt ja schon gefragt, wie kriegt man Logans Katalysator. Also, ja, Katalyst. Ich sage halt immer Katalysator, obwohl es Beschleuniger heißt auf Deutsch. Aber ich meine, das ist ja im Prinzip auch egal. Das ist ja beides dasselbe. Katalysator oder Beschleuniger. So, dann gehen wir einfach mal hier wieder zurück. Oh, vor dem hier. Aufpassen, der stinkt. Nach Kristall. Ich weiß auch nicht, wie Kristall stinkt. Aber der Typ stinkt halt, weil er mich nervt. So, wir trinken schnell einen Schluck. Die können wir jetzt alle killen, die ganzen Bogenfuzzis. Aber die stören uns nicht weiter. Wow, der stört aber. Okay, wenn der Hebel, also wenn dieser Aufzug hier nicht da ist. Jetzt kommen die halt mit hoch. Was fällt euch ein? Einfach hier an der Seite am Hebel ziehen, dann ist das Ding auch da. Sag mal. Deswegen mag ich euch nicht, weil ihr so blöd seid. Weil ihr so nervige Attacken habt. Und einen so dumm anrempelt. Wie so freche kleine Rabauken. So, jetzt ist es aber gut. Trinken wir nochmal einen Schluck. Weil es sein muss. So. Jetzt laufen wir wieder hier hoch. Der Kristalltypi ist nicht mehr da. Den haben wir ja auch schon beseitigt. Und es ist keiner, der respawnt. So, ich kann mir schon denken, dass er nicht da ist. Deswegen muss ich das Spiel gleich beenden und nochmal neu starten. Aber das werde ich natürlich auch ausschneiden. Weil die Minute, die könnte schon wichtig sein. Ja, seht ihr? Hier war Seed vorher drin. Jetzt ist er nicht mehr da. Wollen wir mal gucken. Was ist denn in der Kiste? Merkt, Kette aufgerollt gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, die ist sicher. Und wir kriegen die Zauberglut. Ach nee, das ist ja die Enchanted, nicht die Magic. Ja, okay. Hab mich geirrt. Magic geht ja bis plus 10 und Enchanted bis plus 5. So, und hier haben wir die 20.000er Seele, von der ich erzählt habe. Das ist, glaube ich, die einzige im ganzen Spiel. Es gibt sonst keine mehr, die 20.000 gibt. Oh, guck mal, da ist er, glaube ich, schon. Habt ihr das gesehen? Ja, da habe ich mich gerade... Ich glaube, ich habe mich verguckt hier. Das sah eben wirklich so aus. Wie die Silhouette von einem Menschen, der da im Bogen drin stand. Na, egal. Ich werde mal hier kurz restarten. Und wir sehen uns sofort wieder. Schawups. Und sind wir wieder hier. Und seht mal, wer da ist. Haha. Ja, der Nackedei. Das war aber ursprünglich Logan. Wir machen uns mal ganz auf die feige PvP-Tour. Legstabben. Aber irgendwie will der nicht. Der lässt sich nicht legstabben. Dann kicken wir mal ein bisschen. Na, Logan, mein Freund. Warum bist du denn so für Logan? Ha. 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 Ja, das ist der Großhut Logan. Hör doch mal auf jetzt. Deiner Kinderkacke. Lass mich doch mal in deinen Rücken. Ich will ja nur ein bisschen. Na, jetzt zauber da wieder. Das ist gut. Dann ist er nämlich kurz bewegungsunfähig. Na, komm, zauber. Zauber. Du Zauberer. Och, Logan. Logan. Na, dann halt nicht. Machen wir es auf die alte, herkömmliche Methode. So lange hauen, bis er keine Ausdauer mehr hat. Der hat nämlich überhaupt keine Chance gegen uns. Das arme Würstchen. Und was kriegen wir? Den Drachenhauch und seinen Beschleuniger und seinen Spitzhut. Den nenne ich auch mit Sorsha ertrage. Übrigens ab und zu mal. Also ich habe eigentlich die Dark Raid Rüstung. So, ja gut. Ich habe jetzt mich ein bisschen in der Zeit vertan. Denn viel kommt jetzt nicht mehr. Wir gehen jetzt einfach wieder runter. Da, wo wir herkamen. Wir können nicht mit dem Aufzug wieder runterfahren. Das dauert ja auch nicht unbedingt so lange. Aber jetzt wisst ihr Bescheid. Der Katalyst, der Beschleuniger, der ist eigentlich ziemlich gut. Will ich euch hier nochmal anschaulich machen. Wir haben E auf Stärke. Das ist jetzt für uns uninteressant. Beziehungsweise auch für die meisten Zauberer. Und wir haben ein S auf Intelligenz. Ich kann den Hebel gar nicht ziehen, wenn ich das... Na, ne. So, jetzt. S auf Intelligenz heißt für uns 230 Magiebonus. Aber da ich nicht so viel Intelligenz habe, gerade mal am Minimum um neben die Kistallseelenpfeile, den sperren muss ich können. Pardon. Es ist halt eben nicht so der Bringer, das Teil. Wenn ihr wirklich nur auf Intelligenz geht, ist er, glaube ich, ab einer gewissen Menge... Ich habe da irgendwo mal gelesen auf der Wiki, die sagten, wo sowas mit 60, 70... Dann wäre das Ding wohl besser als der Kristallkatalyst. Weil es halt eben der Einzige mit S auf Intelligenz ist. Ne? So. Jetzt wollen wir mal gucken. Es kann sein, dass ich jetzt schon wieder restarten muss. Ich weiß es gar nicht. Das ist eben immer die Sache. Das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich doof, dass da nicht währenddessen, während man irgendwas in Gang setzt, dass dann hier schon was verändert wird. Nein, man muss restarten. Wer kommt denn auf die Idee? Wenn die Leute sich untereinander nicht absprechen würden und einer sagen würde, oh, ich habe da was rausgefunden. Und dann, ich glaube, das würden Leute heute noch nicht wissen. Die Hälfte der Gemeinschaft, die das eben spielt. Der harte Kern der Dark Souls-Liebhaber. Oh, schön. Okay, Leute, ich restarte mal. Jo, da sind wir bitte. Und die Kiste ist auch da. Ich wollte noch kurz was loswerden. Und zwar, eigentlich hätte letzte Woche am Donnerstag ja PvP mit dem John und mir stattfinden sollen. Und da kriegen wir die restlichen Klamotten und nochmal den Beschleuniger. Okay. Habe ich ihn halt dreimal jetzt. Das muss ich... Ja, das haben wir leider verschieben müssen. Ne. Hä? Ach, den Kristall-Zinn-Beschleuniger habe ich da nochmal gekriegt. Okay, okay, okay. Sorry. Also hier unten kriegt man Logans, oben kriegt man den Kristall von Logan selbst. Ähm, genau. Donnerstags hätte eigentlich PvP sein sollen. Wurde leider abgesagt, weil der John, der hatte noch ein paar Level-Unterschied. Noch die Differenz zu meinem Charakter, dass wir uns eben leichter beschweren können, musste ausgeglichen werden. Und er hatte einfach nicht die Zeit, weil er so viel Arbeit hatte, sagte er. Aber wir machen das, glaube ich, diese Woche Donnerstag. Also wenn ihr das Video jetzt seht, wir haben Montag. Also für mich morgen, Montag. Und ihr habt dann für euch als Donnerstags-Info sozusagen da ist PvP angesagt. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Ich hoffe, weil ich möchte nicht so gerne immer Termine machen und dann die nicht einhalten können. Beziehungsweise, ich finde das immer doof, so ein bisschen. Dann habe ich da immer so die Hummeln im Hintern. Naja, gut Leute, das war es für diesen Part. War nicht unbedingt sehr spannend, aber informativ hoffe ich doch. Und ich sage schon mal, bis zum nächsten Mal mit Dark Souls!